Willkommen zu Leinebergland in Schlagzeilen. Lamspringe. Kürzlich fand für die Einsatzkräfte einiger Feuerwehren der Gemeinde Lamspringe eine Ausbildung in der Vegetationsbrandbekämpfung statt. Als Ausbilder fungierte Nordheims Kreisbrandmeister Marco de Klein, der in diesem Themenbereich als Experte gilt. Nach der theoretischen Einweisung am Vormittag wurde dann nach der Mittagspause auf einem abgeernteten Getreidefeld bei Netze in mehreren Abschnitten die Brandbekämpfung geübt. Mit dem Einsatz war auch das neue Tanklöschfahrzeug der Ortsfeuerwehr Lamspringe, auf dem neben 4000 Litern Wasser vor allem umfangreiche Handwerkzeuge zur Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden mitgeführt werden. Mit dabei waren die Feuerwehren aus Ewensen, Selem, Irmensoll und Netze. In den jüngsten Jahren kam es aufgrund langanhaltender Trockenheit mehrfach zu Bränden in Wald und Feld. Die klimatischen Veränderungen machen sich bemerkbar und erfordern daher eine angepasste Ausbildung und Ausrüstung, so Gemeindebrandmeister Ralf Kasten. Nordstemmen, Premiere in Nordstemmen. Die Gemeinde bekommt jetzt eine Bürgermeisterin. Mit 314 Stimmen mehr gewann Nicole Dombrovsky die Stichwahl um das Bürgermeisteramt. Die Einzelbewerberin, die parteilos, aber CDU unterstützt, ins Rennen ging, erzielte 2.561 Stimmen. Das entspricht 53,27 Prozent. Mitbewerber Gerald Ludewig von der SPD erzielte 2.247 Stimmen. Das entspricht 46,73 Prozent. Dass es eine knappe Entscheidung werden würde, zeichnete sich bereits nach den ersten Ergebnissen aus den Ortsteilen ab. Doch immer wieder holte Dombrovsky in vielen Ortsteilen die meisten Stimmen. Insgesamt hat sie sich in sieben von zehn Orten durchgesetzt. Ludewig konnte sich lediglich in seinem Wohnort Groß-Escherde mit 61,02 Prozent sowie Barnden mit 66,36 Prozent und Heiersum mit 52,47 Prozent durchsetzen. Seelde-Elze. Diesen Abend wird Wolfgang Schurmann sicher nicht so schnell vergessen. Der langjährige Stadtkämmerer war am Sonntag, den 20.09. überragender Sieger bei der Bürgermeisterwahl in Elze. Er holte direkt im ersten Wahlgang 52,67 Prozent, so dass die von vielen erwartete Stichwahl flugs vom Tisch war. Es war überraschend, so Schurmann. Zwar hatte er sich ein solches Ergebnis erhofft, es aber nicht bei zwei starken Mitbewerbern erwartet. Erst als die ersten Ergebnisse reinkamen, war ich mir recht sicher, dass es im ersten Anlauf klappen wird, resümiert der 54-Jährige nach einer fröhlichen Wahlparty in Seelde. Denn das überragende Ergebnis wurde selbstverständlich auch gefeiert. Corona-konform, versteht sich. Schurmann, der als Parteiloser und von der Union unterstützter Bürgermeisterkandidat bei der Wahl angetreten war, beendet damit die lange Serie der SPD-Verwaltungschefs. Er beerbt Rolf Pfeiffer. Gronau. Vor einer Woche hat eine Gruppe der Jugendfeuerwehr in Gronau als erste in der Samtgemeinde Leine-Bergland ihren Übungsdienst wieder aufgenommen. Hierzu trafen sich die maximal an einem Übungsdienst zulässigen zehn Jugendlichen, einschließlich ihrer Betreuer. Es erfolgte nach der langen Zeit des Wiedersehens eine kurze Hygieneeinweisung und anschließend tauschte man sich über die vergangenen Monate aus. In dieser Woche trifft sich eine weitere Gruppe zum nächsten Dienst. Interessierte Jugendliche ab zehn Jahren sind willkommen, sollten sich allerdings vorab bei den Jugendfeuerwehr warten per E-Mail an jugendfeuerwehr at ffgronau-leine.de anmelden. Und zum Schluss der Sport im Leine-Bergland-Gießen. Zweites Spiel, zweiter Sieg. Das zweite Team der Giesener Volleyballer sorgte in der dritten Liga weiter für Furore. Mit einem hochverdienten 3 zu 1 konnte sich die Mannschaft für eine starke Leistung belohnen und steht damit mit fünf Punkten aus zwei Spielen sehr weit oben in der Tabelle. Bei der Heimpremiere war der TV-Hörde zu Gast. Die junge Giesener Mannschaft dominierte das Spielgeschehen anfangs und punktete aus einer perfekten Annahme im Angriff immer wieder nach Belieben. Das fast fehlerlose Spiel der Grizzlies führte dann zum 25 zu 19 und damit zur 2 zu 0 Satzführung. Mit dem Erfolg vor Augen ging es für die Mannschaft in den dritten Satz, der genauso begann wie die beiden Sätze davor. Doch dann kam es zu einem Bruchenspiel und der dritte Satz ging verloren. Doch die Giesener waren nach diesem unnötig verlorenen Satz noch entschlossener, die drei Punkte mit dem nächsten Satzgewinn zu Hause zu behalten. Die Mannschaft knüpfte wieder an ihre Leistungen aus den ersten beiden Sätzen an und konnte letztlich auch den vierten Satz sicher für sich entscheiden. Somit standen die nächsten drei Punkte auf dem Konto. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Und wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie uns ein Like da. Tschüss... ...